Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem Ausblick-Video. Prinz Ruprecht steht bei uns im Testschiffhafen und wir wollen euch das Schiff wieder ganz genau vorstellen, inklusive Panzerungslayout und dann auch so ein bisschen die Werte im Vergleich. Hallo Herr Seekräuter, hallo Herr Wohnzimmerkapitäne, schön dass ihr dabei seid bei der Prinz-Ruprecht-Vorstellung hier als Testschiff. Wie sieht es im Moment aus? Ganz kurz zur Geschichte. Ja, das Entwurf ist 1944. Dieses Projekt für ein Hochgeschwindigkeitsschlachtschiff verfügte über 8 406 mm Geschütze. Es verkörperte die Entwicklung der Schlachtkreuzer-Projekte zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Aber ein Entwurf aus 1944. Okay, irgendwie so ein bisschen konträr dieser Aussage finde ich jetzt zumindest. Aber lass uns lieber mal gucken, wie World of Warships dieses Schiff hier sich optisch vorstellt. Wir gehen nämlich erstmal hier in den Close-Up ran und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, ist also nur ein Blaupausenschiff. World of Warships hat irgendwo einen Plan gefunden und möchte jetzt dieses Schiff hier ins Spiel mit reinbringen. Von den Details her sieht es auf jeden Fall schon relativ weit entwickelt aus. Wir haben hier vorne zwei Türme, A2-Rohre, 406 mm. Dann sehen wir hier an der Seite auch wieder markant die Sekundär. Zwei Türme, zwei Rohre. Ja, also 150 mm. Und hier oben drauf sind es dann 105 mm Sekundärgeschütze. Wir haben hier dann auch wieder Torpedowerfer dabei. 2 x 4 an jeder Bordseite. Also 8 Torpedos, die sind übrigens auch wieder an die deutschen Hochwasserzerstörer angesiedelt. Also Hochseezerstörer muss man ja sagen. Hochwasser mache ich jetzt. Ich habe mir das letzte Mal versprochen, jetzt habe ich es extra wieder gesagt. Hinten haben wir dann auch nochmal 406 mm Rohre drauf in zwei Türme verteilt. Sonst auch relativ flach wieder im Wasser, wie wir das auch von anderen deutschen Schiffen schon kennen. Also gerade Kurfürst oder Friedrich ist ja auch relativ flach im Wasser. Und ja, sonst ist gleich wieder so als deutsches Schiff zu erkennen, wie ich persönlich finde. Wie auch bei der Schliefen, die Grundcharakteristika sind sofort da. Und auch hier, weil ich ja bei der Schliefen das auch schon mal gezeigt hatte, es ist ein sehr, sehr schmaler Schiff, wie ich finde. Ist halt ein Hochgeschwindigkeitsschlachtschiff. Daher ist es mehr oder weniger klar, dass das Schiff dann auch relativ schmal sein muss. Das hatte der ein oder andere auch unter dem Schliefen-Video schon kommentiert von euch. Aber wie immer, Optik ist das eine, Panzerung ist das nächste. Das spielt eine wesentliche Rolle in World of Warships. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken. Und hier vorne 27 mm Panzerung. Das ist übrigens auch bei dem T10 Dampfer so. Das heißt, wir werden hier relativ leicht overmatcht. Das ist dann ab 387 mm Kaliber der Fall. Da wird die Panzerung ignoriert. Und ihr werdet immer penetriert. Also ab T10 haben die meisten Schiffe, bis ganz wenige Ausnahmen, eigentlich immer 406 mm oder mehr. Das heißt also, gegen Schlachtschiffe seht ihr jetzt nicht sonderlich gut aus, um es mal so auszudrücken. Auch im hinteren Bereich sind wir relativ dünn gepanzert mit 27 mm, auch kein Eisbrecher-Panzer außenrum. Das ist also auf jeden Fall eine Problematik, der man sich bewusst sein muss, um sein Positioning entsprechend anzupassen. Auch auf dem Deck gibt es hier Abschwächungen im Vergleich zum T10 Schiff. Beim T10er haben wir hier noch 50 mm Deck. Beim T9er, finde ich, gehen sie einen relativ starken Schritt zurück, nämlich gleich auf 32 mm. Da hätte ich mir, ohne dieses Schiff bis jetzt gefahren zu sein, auf jeden Fall irgendwie einen Zwischenschritt gewünscht von 45 oder 40 mm. Das hätte zumindest geholfen. Aber wir landen hier leicht bei 32. Das bedeutet auch, dass die großen Granaten, Shikishima, Yamato und so, diese Panzerung ebenfalls ignorieren und euch direkt dann penetrieren können. Und ihr seid natürlich auch viel anfälliger gegen schwere Kreuzer mit 203 mm Kaliber, die euch auch ohne EFRE gut penetrieren können. Bei den leichten Kreuzern, die müssten dann schon wieder EFRE, also Trägheitszünder für Sprenggranaten, geskillt haben, damit sie durchs Deck mit durchkommen. Bei den Aufbauten sind wir bei den typischen 19 mm, an der Seite 150, 220, 300 und 235. Da unten ist dann der Torpedoschutz angebracht. Vorne auch wieder gleiche Charakteristik. Sehr schmale Zitadelle, die hier vorne drin ist. Die wird dann im Verlauf des Schiffes breiter. Aber das bedeutet auch, selbst wenn ihr overmatched wird, ist es relativ schwer oder sagen wir mal selten, dass die Zitadelle auch tatsächlich getroffen wird. Hier oben ist es dann die Kasematte. Hier ist die Zitadelle mit 250 mm gepanzert. Sollte also für Granaten, die euch overmatchen, auf jeden Fall zu durchschlagen sein. Und dann wäre halt der Zitadellentreffer drin. Hier unten sind es nur 32 mm, aber da ist der Stichwort wieder, oder das Stichwort 32 mm, relative Panzerung. Und dann kommt man auch relativ schnell auf die Panzerungsdicke, damit der Zündverzögerer eben auslöst bei der AP-Granate. Ja, also, das sieht hinten übrigens ganz genauso aus. Müssen wir hier nochmal reingucken. 200 mm und 32 mm. Und wie ich eben schon gesagt hatte, hier ist kein umfassender Panzergürtel. Jetzt wollen wir uns mal dann das Deck hier wegdenken. 32 mm. Dann kommt da drunter die Zitadelle nämlich schon mit 50 mm. Das heißt, wir haben am Ende 82 mm Panzerung. Vorausgesetzt, da ist jetzt nicht noch irgendwas dazwischen, was wir halt automatisch mit ausblenden wollen, zu diesem Paket an Panzerung gehört. Ja, das ist halt auch immer noch eine Rolle, einen Punkt, den wir da beachten müssen. Ja, das ist die Panzerung bei der Ruprecht. Auf jeden Fall eine ganze Ecke weicher aus meiner Sicht, wie das, was die Schliefen zu bieten hat. Und dann schauen wir uns die Überlebensfähigkeit an. Mit 63.900 Trefferpunkten haben wir 6.400 Trefferpunkte weniger als die Schliefen. Und wir haben einen Torpedoschutz von 23%. Beide Werte sind die schlechtesten Werte für ein Schlachtschiff auf der Stufe 9. Ja, 23% haben wir übrigens bei der Schliefen übrigens auch. Also auch da einen relativ schlechten Wert bei dem Schadenverringerungswert. Bei der Artillerie 28 Sekunden Ladezeit, 30 Sekunden Turmdrehdauer für die 180 Grad Kehre. Das ist eine Sache, damit kann man sicherlich ziemlich gut arbeiten. Die Schlachtschiffgeschütze sind relativ gut. Ja, ein Hinweis vielleicht noch bei den Geschütztürmen. Das ist übrigens bei der Schliefen ganz genauso und ist auch bekannt, weil es schon im Defblock stand. Der hintere Turm hier, der dreht sich um 360 Grad. Ja, das ist hinzugefügt worden bei den deutschen Schlachtkreuzern. Dann geht es weiter mit der maximalen Streuungselipse hier bei unserem Rins Ruprecht. Da haben wir 212 Meter mal 128 Meter Streuung. Damit sind wir 41 Meter horizontal geringer als beim großen Friedrich und 33 Meter vertikal geringer als beim großen Friedrich. Und das bei der gleichen Anzahl an Geschützen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 8 Mumpeln in der Luft, genauso wie der Friedrich. Dann gibt es noch einen Unterschied beim Sigma-Wert. Friedrich hat Sigma 1.8, während unser Prinz Ruprecht hier 1.7 hat. Die HE-Granate, üblich schlecht bei den Deutschen. 4.800 Alpha Damage, 38% Brandwahrscheinlichkeit, aber dafür der große Bonus. Ein Viertel Penetration, 102 Millimeter. Macht jetzt hier bei den Schlagschriftgranaten natürlich nicht so viel aus, ob man ein Viertelpen hat oder ein Sechstelpen. Das macht sich bei den Kreuzern also sicherlich mehr bemerkbar, wenn man dann über diese bestimmten Schwellen kommt. Ob man jetzt hier eben, ich sage mal, 60, 70 Millimeter penetriert oder dann in 102, das ist jetzt nicht unbedingt, also nicht in jeder Situation zu merken, wenn wir es so ausdrücken. Bei der AP-Granate haben wir 12.700 Alpha Damage und sind auch da jetzt nicht gerade sonderlich gut. Schlechter als wir vom Alpha Damage her sind eigentlich nur die Franzosen und eben die Laien mit ihren 406ern, denn die haben weniger Alpha Damage. Alle anderen Schlagschiffe auf der Stufe 9, die dann in der Regel auch ein bisschen größeres Kaliber haben zum Teil, haben mehr Alpha Damage als wir. Sind übrigens Standardabprallwinkel, wie wir sie schon kennen. Reichweite 19,5 Kilometer, da ist dann auch diese Sträuchslipse mit diesen 212 Metern dabei und die Mindestgeschwindigkeiten sind mit 810 Meter pro Sekunde angegeben. Interessant zu sehen ist, dass auf jeden Fall beide Mindestgeschwindigkeiten gleich sind und man sich da nicht zwischen den Granaten umgewöhnen muss. Dann kommen wir sicherlich zu einer Sache, die bei den Deutschen immer ziemlich gut ist, die Sekundär und da ist die Einviertelpenetration dann schon viel mehr wert. Auch hier ist es so, dass die Sekundär deutlich genauer ist als bei dem Kurfürsten oder beim Friedrich dem Großen. Da haben wir auch einen 100 Meter Bonus ungefähr im Vergleich zu dem vergleichbaren T9 Schiff. Und wir können hier dann skillen bis hoch auf 12 Kilometer, haben 26 Millimeter Penn hier bei den 105ern und bei den 150ern dann sogar 83, 38 Millimeter Penn. Nein, das wäre ja was. 83 Millimeter Penn mit der Sekundär, das wäre ja ein Traum. Aber es sind natürlich 38 Millimeter Penetration und damit sind wir gerade bei den 150ern natürlich sehr konkurrenzfähig. Bei den 105ern muss man dann halt schauen, ob man gerade schießt. Dieser Störer, die penetriert man da ja ohne weiteres mit. Wie das dann aussieht beim Kreuzer, das ist halt immer so eine Sache, welchen Kreuzer man dann eben gerade bekämpft. Ist es einer mit 25 Millimeter Panzerung, kommt man eben durch. Ist es ein schwerer Kreuzer mit 27 Millimeter, dann eben nicht mehr. Gegebenenfalls dann nur auf den Brücken aufbaut. Aber wir haben hier nicht nur Sekundärgeschütze, sondern wir haben hier auch Torpedowerfer dabei, hatte ich ja schon gesagt. Vier Vierfachwerfer, zwei in jeder Seite. Die schwimmen hier 12 Kilometer, haben nur 50 Knoten, aber sind halt hier die Hochseezerstörer-Torpedos dabei mit 16.533 Alpha Damage. Ein Formelwert, der für euch vielleicht ganz interessant sein könnte, ist die Wassereinbrustwahrscheinlichkeit. Die ist angegeben mit 279 Prozent. Das ist jetzt kein Megawert, ja. Und das ist natürlich auch ein Wert, der in die Formel einfließt, wenn die Flutungschance berechnet wird. So Japaner zum Beispiel liegen bei über 400 Prozent in dem Fall. Aber zumindest kann man euch das mal so auf den Weg geben. Mit den 200 Prozent, 230 Prozent wäre man eher am unteren Ende der Torpedos. Ja, 400 Prozent und drüber sind wir eben am oberen Ende. Wir liegen jetzt hier bei 279. Nachladezeit beträgt 140 Sekunden. Damit ist die Bewaffnung nicht so schnell einsatzfähig, wie zum Beispiel bei Zerstörern. Und dann haben wir eine Flugabwehr dabei. Und die ist auch wieder mal ein bisschen genauer zu betrachten. Übersdeutsch nur 5,2 Kilometer Reichweite. Aber wir haben hier nur eine Kurzstrecke und eine Langstrecke. Das heißt, wir fangen relativ hoch schon mit dem kontinuierlichen Flugabwehrschaden an. Nämlich mit 200 kontinuierlichen Flugabwehrschaden. 75 Prozent tatsächlich kommen dann beim Flieger an. Und dann geht eben der Wert an Flugzeugpanserung und so weiter da noch runter, was man dann als Flugzeugträger-Hapitän dann so geskillt hat. Dazu kommt dann noch Kurzstrecke ab 3 Kilometer mit 350 kontinuierlichen Schaden. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Aber auch da ist jetzt keine Megaflugabwehr. Ist Durchschnitt, würde ich meinen. Und dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Und das ist dann eher wieder so ein Ding, wo man sagt, jo, das ist so eine Stärke von der Prenz-Rubrecht. 32 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Ist ordentlich für den Schlachtschiff auf der Stufe 9. Der Wendekreisradius mit 840 Meter. Ja, es gibt vielleicht auch das ein oder andere Schiff, was noch ein bisschen schneller wendet. Aber im Durchschnitt sind die Schlachtschiffe eher träger als wir. Und bei der Ruderstellzeit mit 15,4 Sekunden sind wir ganz sportlich mit dabei. Also relativ weit vorne. Die Erkennbarkeit zu Wasser mit 15,1 ist jetzt hier angegeben. Da ist die Tarnung, die ich hier drauf habe. Also diese Lackierung, die ich hier drauf schon abgezogen von. bringt uns nachher, wenn wir auf Doppelkonzil mitspielen, auf 12,3 oder 12,4 Kilometer. Und das ist ein Wert, der ist sogar besser als das, was die Lion erreichen kann oder Lion erreichen kann, wenn man sie voll skillt. Und eins darf man nicht vergessen, wir können 12 Kilometer Sekundärreichweite erreichen. Auf 12,4 ungefähr gehen wir auf. Das ist also 400 Meter, bevor wir in Sekundärreichweite sind. Das heißt, mit den Schlachtkreuzern können wir uns relativ nah ranfahren an den Gegner, wenn wir es clever anstellen und nicht vor uns noch einen Zerstörer rumschlawenzelt. Da muss man eben zusehen, dass man den irgendwie vorher killt, bevor man sich dann da in die Nähe der Gegner eben begibt. So, dann wollen wir mal gucken, wie sieht es denn aus bei der Erkennbarkeitsluft. Da sind wir bei 11,8 und der Rest ist mehr oder weniger der Standardwert. Dann gucken wir auf die Ausrüstung hier noch vorbei. Auch hier haben wir wieder diese besonderen Schadensbegrenzungsteams. Das kennen wir schon von russischen Schlachtschiffen. Die haben diese schnelle Schadensbegrenzungsteam, also eine kurze Abklingzeit und dafür aber nur eine begrenzte Verfügbarkeit. Also man muss gut überlegen, wie häufig man diese Schadensbegrenzungsteam einsetzt. Schon bei einem Brand oder doch bei mehreren Bränden. Entscheidend ist, man kann sie schneller wieder benutzen und dafür aber nicht beliebig häufig. Dazu kommt eine Reparaturmannschaft, die 0,5 Prozentpunkte der Gesamtrefferpunkte wiederherstellt. Drei Aufladungen sind da standardmäßig dabei. Muss man dann über die India-Delta-Flagge eben verbessern. Hydroakustik ist hier auch dabei, was auf jeden Fall bei den Kämpfen an der Front ein bisschen helfen sollte, um eventuell Torpedos oder zu viele Torpedos zu vermeiden. Auch hier die deutsche Variante. 6 Kilometer Ortung von Schiffen, 4 Kilometer Ortung von Torpedos. Wollen wir mal schnell skillen? Ich werde diesen Dampfer hier wieder, wie bei der Schliefen auch schon, erst mal auf die Frontskillen sozusagen, hier auf Überleben. Und dann werde ich hier versuchen, die Sekundär zu verstärken. Das ist sicherlich eine der großen Stärken dieses Schiffs. Auch wenn die Panzerung und die Anzahl der Trefferpunkte erst mal so aussieht, als ob das definitiv eine Schwäche ist, ist das so eine Sache. Also gerade durch die besseren Penn-Wert und die niedrige Tarnung kann man, finde ich, oder denke ich zumindest, einiges davon wieder wettmachen. Und das gilt es halt einzusetzen. Alles andere müssen wir dann mal schauen, wie es sich dann entwickelt im Verlauf dieser Testphasen. Und bei der Hauptbatterie nehme ich die Modifikation 3 mit rein. Dann haben wir 24,6 Sekunden und 34,5 für die 180 Gradkehre. Das ist schon mal gut. Dann sind wir hier bei 13,6 Kilometer. Gucken wir uns schnell den Kpt noch an. Da nehme ich auf jeden Fall hier die Notreparaturspezialisten. Dann können wir die Reparaturmannschaft über das Schadensbegrenzungsteam noch ein bisschen häufiger schnell einsetzen. Dann gehe ich hier auf Doppel, also auf die Sekundärvariante. Dann nehmen wir den Brandschutz auf jeden Fall mit. Und was man sehr gut machen kann, ist dann sicherlich hier, nehmen wir die Notreparaturexperten, damit man dann von allen eine Aufladung mehr hat, was ich hier für durchaus sinnvoll erachte. Und dann kann man gut überlegen, dass man, ich werde mir mal für verbesserte Bereitschaft der Reparaturmannschaft einbauen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich 100% meiner Trefferpunkte als potenziell Schaden habe, und das ist hier eben durch die niedrige Trefferpunkteanzahl relativ einfach zu erzielen, gewinne ich 0,8% an Ladezeit auf die Reparaturmannschaft. Das bauen wir so mal ein. Dann haben wir nämlich unsere 21 Skillpunkte vergeben. Wie gesagt, das ist auch für mich ein Testbild. Und da kann man ruhig mal auch ein bisschen was riskieren. So ist zumindest meine Herangehensweise. Sonst ist ja, dafür ist es ja auch ein Testschiff. Gut, dann gucken wir mal, was hier als Signale empfohlen wird. Hier wird sogar das Fluten empfohlen, oder Brandwahrscheinlichkeit. Nö, die nehme ich nicht mit. Das finde ich ist unnötig. Ja, klar, könnte man für die Sekundär jetzt noch auf Brandwahrscheinlichkeit gehen, aber ganz ehrlich, dann nehme ich entweder lieber die Antideto-Flagge mit aufgrund der 27mm-Panzerung, oder ich nehme hier den kontinuierlichen Flugabwehrschaden mit. Das macht für mich mehr Sinn, als hier auf Brandwahrscheinlichkeit zu gehen. Victor Lima ist auch eine Signalflagge, die ich jetzt gerade nicht besonders häufig auf Lager habe oder besonders häufig bekomme. Gut, und dann sieht es am Ende so aus, dass wir hier, wie gesagt, 12 Kilometer Maximalreichweite haben. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe gar nicht Doppelconsumer geskillt. Ja, das wäre jetzt eigentlich noch der richtige Wert gewesen oder eine der Punkte gewesen, die man hier jetzt skillen kann. Nichtsdestotrotz, es sind nachher 12,4, 12,3 Kilometer, die man da erreichen kann. Okay, das soll es von der Prinz Rubrik echt mal gewesen sein. Ich werde diese Schiffchen jetzt testen und mir einen Eindruck davon verschaffen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos hier auf dem Seacross-Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben lassen, Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wollt ihr uns woanders auch noch genießen, zum Beispiel bei Twitch, dann guckt gerne auch unten mal in die Beschreibung. Da sind viele weitere Social-Media-Links angebracht. Ich danke jetzt für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Siegrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Ich habe mich auch. Das war's.